und herzlich willkommen zu einem video erst mal booster aktivieren ja wir spielen weiter war thunder es ist scheiße laut wir sind auf dem weg zum panzer nein nein panzer tf2 ja und so was ist das überhaupt musik okay 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 versuch flack war war wagen okay ja einfach match so in der letzten folge haben wir ja was sehr lustiges gehabt wieder die karte panzer 3l wieder einen schönen langen weg fahren finde ich ja sehr toll und irgendwie leckt das ich muss doch meine ganzen dingstabs zu machen ja so in der kfz fahren wir nicht hin rein ich bin ja auch nicht schneller gerade und wer hat hier schon mit rauchgranaten gespielt welcher typ leute k.o. in runde oh man bald sind wir da bald okay wir spielen mit den russen und schweden hauptsache die gehen mit den russen ich war jetzt auch hier längst gar kein bock oh wir erobern A wie so wie es aussieht haben wir einen der auf K ist und das ist panzer 4 aus dem f2 auch perfekt zwei punkte ob ich mir das schon gemacht ey Augen auf den aufgewiesenen Victor auch leute ich kann doch so ein ding doch mal umfahren leute aber zum glück ist der panzer 3l da habe ich irgendwie das gefühlt dass man unten beim mg nicht durchkommt das habe ich mit einem freund bemerkt der hat sich eingewinkelt mit einem mg zu mir gestellt ich kam selbst mit einem panter mal nicht durch also panter g d man nicht g hier ist was ah moin ja gut aber da ich stand doch mit der front platine aua m24 oh warum ist es jetzt wieder so laut meine güte neun neun ich will heat vergessen heat zu haben so jetzt darf ich wieder da hinfahren das ist ja toll das ist ja toll allerdings oder wo ist denn hier schon ein panzer da ist schon ein panzer in da oh ein heavy das ist der muss ja dann schon tot sein der müsste ja immer Taylor sein die gewählen sein ok da ist hier irgendwo noch ein panzer hallo ich sehe keinen hier sehe ich auch keinen nach einem külbel immer noch so weit um hat sich sehr nahen gehört gerade hier dieses fling irgendwie sowas da wird in den külbelgarten in den panzer eingeschlagen und abgeprallt oder so und abgeprallt oder so ich kann dafür ahnen nach ja ja wofür weichen garthin hin Oh mann. Flugzeug? Hier ist ein Panzer geschrott worden. Ein Schwede. Alter, ich nehme mir auch alles mit. Ich nehme auch wirklich alles mit. Sollte mich eigentlich nicht treffen. Danke. Gut. Scheint ist hier keiner mehr. Ja. Was macht der Heavy da bei uns schon? Jetzt ist keiner mehr drin. Mal drehen. Mal drehen. Mal drehen. Mal drehen. Mal drehen. . Oh. Ah, ich nehme auch wirklich alles mit. Ich versuche ihm zu helfen. Okay, der braucht keine Hilfe mehr. Was machen... Kann man irgendwer sagen, was die bei B5 bei unserem Spawn machen? Bei Panzer da. Ja, wenn ich nicht da bin, habt ihr die schon selber getötet. So, na, Kfz steht da. Die müssen ja zum Spawn, äh, zum Punkt hier. Tschüss. Eine Flugabwehr kam her? What the fuck? Der war aber auch mutig. Natürlich, ganz viel los hier. Hallo, Panzer da hinten. Tschüss, Panzer da hinten. Hm. Wait a minute, wo er kann sein. Der ist schon wieder ein harte Hund. Bin da, schnell. Ich bin da. Ich hoffe, ich... Ja, wer würde das denn... Nehmt mich hier. Ja, viel Spaß beim Weiterfahren. Nein. Ah, die 34, komm. Nice. Ich hoffe. Oh, hier ist noch irgendwo einer. Hier ist noch einer. Wollt ihr mich verarschen? Alter, der Panzer hält so viel aus. Ey, das ist einfach nur krank, was der Panzer alles aushält. Ah, geil. Das... M24 da oben stand aber so. Ey, ju. Aua. Woll mal, was ist denn hier los? Woll mal, wo ist wieder da los bei mir? Aber, ihr habt gesehen, das Ding hält frontal sehr viel aus. Ah, ist auch tot. Moin. Boah. Was waren das? Ein M24. Ja, gut. Sollte ich eigentlich durchkommen. Von wo kommen die überhaupt alle? KV-1 wird auch schon aufgehalten. Ah. Ah. Der ist mit tot geschossen. Perfekt. Und der Marder muss es machen. Vielen Dank. Ich versuche ihm jetzt zu helfen. Vielen Dank. Lass, komm, mach auch die Protounterschützung. Komm. Ja, okay. Oh, dieses Wackelgeschütz. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Oh, Mann. Und M24 sollte hier auch noch irgendwo sein. Okay. Uh, was denn? Pasch, Pasch. Okay. Zusammenarbeit Teamwork Auch genannt Von M3, oder? Ja Das Ding ist auch fies Mit der Zweitkanone Oben halt die 37er Und die 75er Kann schon fies werden Gut, irgendwo hier ist der M24 Irgendwo Es war hier der M24 Kann ich eher sagen Sherman 2? Was ist ein Sherman 2? Oder was ist ein Sherman 2? Ich guck gleich mal selber, weil es ein Sherman 2 ist Kann sein, dass es den gar nicht Auf der PlayStation gibt Hallo, ey Ey, ey Danke So weit komme ich nicht Ich komme nicht so weit Das ist unfair Okay Irgendwas ist bei War Thunder verpackt Hinter mir ist ein Panzer 3J1 Und auf der Karte wird angezeigt, dass es ein Panzerjäger Okay Da muss es irgendwo sein Hin da schnell Nein Nein Ja, der KV-1 muss da vorne jetzt was reißen Okay, irgendwo da ist ein Flak Dort ist die Flak gewesen Ja, verloren Schade Da war auch eine Flak Gut, hier ist es wieder so scheiße laut im Hang Ah, wahrscheinlich sogar Belohnung erhalten Oh, 2,9 nur noch Nach voriger Aufklärung Basis Bla, bla, bla Nice Filter A, P, C, R Ja, ich weiß Nein, das möchte ich nicht Das möchte ich Panzerung Auch wenn es einfach nur Ketten sind So eine Art Äh 19 Minuten nachkommen Ja Eine Runde machen wir noch Da kommt schon die Stuk 3F Da ist die Stuk 3G Was ist denn der Unterschied Oh, 140 Pen Okay Oh, danke Schön bei B2 spawnen 5mm Durchschlag Nice Schadenswirkung ist halt nicht so krass wie die hier Aber Und die Kugel fliegt sehr schnell Von der APCR 1100 Meter pro Sekunde Warum wird das Spiel wieder Das ist ingame Also Im Gefecht Ist das leiser Als Im Hangar So Gut Wir schwimmen mit den Amerikanern Wie ich das gerade sehe Da war was Das stimmt Das stimmt Oh Nein Nein Alter Fahrer. Ja, okay. Jetzt bin ich tot. Nein. Nein, Stuart. 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 Ah, jetzt ist er tot. Der Stuart, ey. Heatladen. Vergess das, ich muss Heater als normal Standardmonik gleich machen. Eintragen, sag ich mal. Hier vorne schon Panzer von den 109. Lago. Lago. Was war da denn für eine Bombe? Die gefühlt die halbe Stadt wieder ausgelöscht hat. Nein. Sie unbeschädigt. Was sehe ich? Nein. Mein Geschütz. Da geht mir einfach auf Geschütz. Das ist doch lächerlich. Ja, ihr zwei kommen ruhig von vorn, äh, von hinten. Die gehen auf Geschütz. Nein, 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 nein. No, no. Da. 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 Fährter, danke. Oh, nachladen. Ich hab keine Kette, ich hab keine Kette, ich hab keine Kette. Oh, ja. Mann, der dreht mich einfach so. Mann. Aber ich bin jetzt nicht noch mein Panzer. Ah, ich hab jetzt überall mal Heater als Anfangsmonie auszuwählen. Oh, Mann. Ja, toll. Wir werden jetzt hier komplett abgeschlachtet. Einfach mal da irgendwo hin platzieren. Danks mich nicht, ich selber treffe. Oh. Ja, der hätte genau getroffen. Und wir haben alle drei Punkte. Ui. Moin, Sonderkauftet. Treffer. Ja, nix. Guck doch, da hat er gekauftet. Bitte. Ah, hier kann er fahren. Fahren kann ich nicht. Bitte sei da. Ja, danke. Ich hasse langsam. Ich hasse langsam diesen Panzer. Wahrscheinlich Panzer. Oh, bumm. Ich hab keinen mehr. Wir haben mir gefehlt. Okay. Ja. So, zurück zum Manga. Es wird wieder scheiß laut wahrscheinlich. Ja. Hm. So, zurück zum Manga. Ja. Ich hoffe, euch haben, euch die zwei Runden gefallen. Die erste war spannend. Die zweite war einfach nur komplette Abschlachtrunde. Also, na, wie soll ich das sagen? Es war einfach nur rein da und sterben. Töten, sterben. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.